Hallo und willkommen bei der Seminarvorstellung zu Smart Windows Server 2016 Teil 2 Networking. Ich bin Christian Schindler, einer der Entwickler der Smart Windows Server 2016 Trainings bei ETC. Wie gewohnt haben wir auch bei dieser Kursreihe die Inhalte der offiziellen Microsoft-Kurse durch Praxiswissen sowie Tipps und Tricks erweitert. Im zweiten Teil geht es um den Betrieb von Netzwerkdiensten unter Windows Server 2016. Wir behandeln die Themen DNS, DHCP, Remote Access und natürlich auch das brandaktuelle Thema Software-Defined Networking. Auch die Unterschiede zu den Vorgängerversionen schauen wir uns an. In eigens von uns entwickelten Labs habt ihr die Möglichkeit, die Features praxisnah zu testen. Meine Empfehlung an euch, wenn ihr diesen Kurs besuchen wollt, solltet ihr den ersten Teil dieser Ausbildungsreihe besucht haben oder adäquate Kenntnisse mitbringen. Für alle unter euch, die die MCSA-Zertifizierung anschreiben, ist dieser Kurs die perfekte Vorbereitung für die Prüfung 70741. Termine und alle weiteren Infos zur Anmeldung findet ihr direkt auf dieser Seite. Wir freuen uns auf euch!